Nein, leider nicht. Dann hatten sie Unrecht. Falsch. Sie ist völlig frei erfunden. Dieses Mal nicht. Sie ist niemals passiert. Das war ein Ehrtum. Sie war ausgedacht. Nein, diesmal leider nicht. Sie ist erfunden. Aber nein, Freunde. Sie ist ein Märchen. Sie haben sich geirrt. Ich muss sie enttäuschen. Sie ist erfunden. Nein, diesmal nicht. Er ist nur erfunden. Reingefallen. Sie ist erfunden. Leider nicht. Es ist Unfug. Schachmatt. Die gab es. Wenn Sie die Geschichte glauben, liegen Sie leider falsch. Nein, leider nicht. Sie ist frei erfunden. Nein, das wäre zu gemein. Nein, es gibt nicht mal diesen Flohmeit. Leider nicht. Ein Märchen. Oh nein, die pure Erfindung. Tja, Irrtum. Oh nein, ein Märchen. Wenn Sie das für ein Märchen halten, dann haben Sie sich geirrt. Denn es hat Ihnen tatsächlich gegeben, diesen Stuhl. Na, wie war denn heute Ihr Schnitt? Na, wie war denn heute Ihr Schnitt? Na, wie war denn heute Ihr Schnitt?